. Wen haben wir denn da? Das stimmt. An anderen Rennhecken rüberrecken. Das ist noch nicht bei uns. Das ist kein Verlangen. Das ist ein Längel. Das ist ein Längel. Schön, Längel. Das ist ein Längel. Oh, ich habe das Rennhecken. O ja, ich bin da. Oh, oh! 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 Ist das ein... Das war's, das war's. auch das gehört dazu das wetter ist schlecht also wird gebastelt wir werden jetzt schön die vorfächer gebaut die wir neptun nachher spenden werden auch glücklich Dann tausche ich die Kamera an mit dem Kleinen. Du musst doch gleich gucken in die Kamera. Schöner. Warte mal, ich komme nicht. Das ist ja ein Fehler. Ein Knüppel. Ich kann nicht so reingreifen. Ich lege ihn hin. Da ist unsere Stelle. Unsere Lenkstelle. Okay. Und dort. Was? Ich kann nicht so reingreifen. Wir können nicht herfahren. Wir können nicht herfahren. Wir können nicht herfahren. Wir treiben jetzt. Oder ich mache hier in den Lenkrand. Aber da ist auch Lumpen drin. Ich kann nicht herfahren. Es scheint hier nur Lumpen zu geben, oder? Die ganze Boot ist voll. Ich kann nicht nur noch nicht herfahren. Ich weiß nicht. Wir müssen einfach mal hier. Ich kann mal hier nicht herfahren. Die Kalle kann ja durchschütteln. Die ist mir auch mal einer.